Sie ist reifer geworden und die Bewertung ist hoch, 4,8, 4,8, 2,5, 9,6, 2,5, die Führung zunächst und Aussicht auf eine Medaille, aber schauen Sie sich Olga Gontaran, Beweglichkeit in extremer Position und verblüffende erste Aktion. Und wenn man bedenkt, dass dieses Mädchen erst 15 Jahre alt ist, wächst hier eine Große des Turnens der rhythmischen Sportgymnastik heran und dabei kann sie schon über Erfolge. Auf Erfolge verweisen, Union-Europameisterin war sie bereits. Musik 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 Ungeheure Ausdrucksstärke sind hier verbunden mit der Welt. Musik 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 erhält sie natürlich Bonifikationen für den sportlichen Inhalt 4,85 und für die B-Note für